Bei strahlendem Sonnenschein fuhr die 1931 von Oskar Alexander erbaute Bahn wieder durch das Moor in Bad Bramstedt. Nach der spannenden Tour gab es eine Führung durch das Heilmoor. Tim Schirrbaum lädt zur Fahrt ein und erklärt das Projekt Thali. Also wir bieten hier die Moorführung an, fahren mit der Feldbahn von hier oben los und unten gibt es dann wie gesagt die Moorführung mit unserem Moorführer und der erklärt noch einiges zur Bahn, zum Verein und zum Moor. Und besonders stolz sind wir darauf, dass wir alte Dinge erhalten können. Projekte sind geplant, bloß die Umsetzung ist schwierig, weil wir schweres Material brauchen, zum Beispiel Bagger oder Radlader und das können wir uns als Verein so nicht leisten. Thali beschäftigt sich damit, die Landschaft hier in dem Moor aufrechtzuerhalten und die Industrie, die hier stattgefunden hat, mit unserer Ruhrbahn aufrechtzuerhalten und in Betrieb zu setzen. Auch für Familien- und Firmenausflüge steht die Moorbahn bereit. Die nächsten Fahrtermine sind am 10. und 24. August.